so wie er darf diesmal die wir ganz entschlossen und agressiv rein ich bin nie ja versaut mir den Nachmittag nicht hier heute Das hat heute schon einen Scheiß-Tag. Ja, fahr weiter. Das funktioniert, ey. Nein! Jetzt. Beide euch. Die warten da? Die warten da? Ah, der Panzer fährt weiter, alles klar. Ja, Sir. You got it. Ready and waiting. Ready and waiting. Moving out. Need to see. Need to see. So langsam, uh nein. Tontos say, like, what? Shut up. It's even more careful. Washington,� Also, may. Hot Du ones successful, what? Ja, ein Ferman, ja. Ja, ein Ferman. Ja, ein Ferman. Ja. Acknowledge. Moving out. Yes, sir. Moving out. Unit reporting. Acknowledge. Yes, yes, sir. We're able to keep going. We're going to get in progress. Unit reporting. Waiting for it. Acknowledge. Ist nichts los. Hallo? Acknowledge. Acknowledge. Moving out. Yes, sir. Moving out, knowledge. Sammler bleibt da, bevor wir die Situation unter Kontrolle haben. Bleib bloß da, Sammler. Ich sage dir. Das Bau-Lieger-Leber. Haha. Oder auch nicht. Oh, Mann, ey. Na ja, ah, ich bin so ein Depp. Wenn da noch Einheiten da stehen. Tobias, so ein Idiot bist du. Da stand, da steht einer hin und du nützt sie mich. Was ist das? Hör auf! Hör auf, du zu denen. Unit lost. Unit lost. Unit lost. Was soll das hier heißen, Unit lost? Na, Panzer! Unit lost. Yes, sir. So sieht das nämlich aus hier, Leute. Yes, sir. Woher haben die eigentlich das Geld für den, um den scheiß Tunnel zu reparieren? Das ist mal ehrlich. Woher? Also, worauf ich jetzt erstmal Jagd mache. Alle Einheiten? Alle Einheiten von mir down? Ja? Geil. Dann wäre auch mal Style. Aber wenn der nicht nah genug an meine Base kommt, kann ich den so abknallen. Ja, kannst du so viel ballern, wie du willst, Junge? Ja, kannst du so viel ballern, wie du willst, Junge? Stirb, Kanadier! Stirb! Ja! So. Wir machen ein Quick Save Feuer. Quick Save 1. Wir machen ein paar Leute. Ja! Squishing! Squishing, mit Bastards! Die! Motherfuckers! Nein, nein! Herstell Event zusammen! Da mushere ơi! Sie wissen, wenn ich jetzt einfach mache? Nein, Hermann! »Wir helfen auf dem abkommt« Ja, das hat jetzt auch ordentlich gebracht. Machen wir lieber was anderes! Quick Load 1. Zieh mit Ding! Vielen Dank! das Ding hier rein wodurch das Ding auch immer gestorben ist Mann, 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 Mann Mach es kaputt, Mann Sammeltiberium Sammeltiberium Warte mal, ich kann mir schon denken, woran er gestorben ist Boah, ich muss ja auch ganz schön oft quicksaven hier das Ding hier machen Marc, tot tot ich brauch Kohle, komm rüber, dann die Base hier wenn sie jetzt schon wenigstens dort nicht kaputt machen muss das ist nämlich schon mal hilfreiches zu wissen die 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 Ja, ganz konstruite Anti-Granaten hier! Ja, naja. Ganz konstruktiv gefällt. War fein! War fein! War fein! Wow! Alter! So lucky war ich noch nie! Wenn du mal wissen hier welche Base ich hier einnehmen muss, wenn sie stören soll. Welche scheiß Stadt? Wo ist die? Oh, mein Mauszeuger ist die ganze Zeit im Weg! Ähm, warum sagt mir das denn niemand? So, Unit Ready! Ja, nein, na? Das ist für. Wo ist denn jetzt hier die scheiß Stadt? Ja, sehr konstruktiv! Das war, ähm, wirklich geil! Einfach! Ja, ja! Ja, genau! Obwohl, lass mal stehen. Und wir den Ginghalt ein. Sammler mach jeder. Unit richtet. Unit ready! Gut, okay. GDI-Bilding. Captured. Bildung. Oh, einen zweiten Sonder hier. Ich merke schon, das ist eine der längeren Missionen hier. 1400 Ha... Mann! Och, bitte. Auf Halt. Bildung. Auf Halt. Mach! Sag mal, mir ist jetzt. Jetzt! Oh, mal sogar drüber, der erste in diesem Spiel. Das war vielleicht doch so keine gute Idee, aber... damit gleich unser... du siehst du siehst du sie scheiße aus wir sind die vier sind Tiberium das war nicht schon irgendwie klar dass so ein Ding hier rumeiert die Karte ich meine wir leben an der Einfluss von dem den Ding der Weg naja wir haben jetzt einen zweiten Sammler also da kann man das Ding ruhig mal provozieren das Ding reagiert und immer ich glaube der zu wie Kaffee oder Alkohol oder ein bisschen von beiden gesoffen wir haben jetzt unseren Einzelhandel ich dachte jetzt was ja er macht das war zwar jetzt unnötig ich weiß es würden alle sagen am Bauern der Feuerwehr Geld ganz einfach würden testen ob die KI auch funktioniert weil die tut es nämlich jetzt wieder nicht kommen und Sammler bestellen wie oder warten wo zum Teufel kann man eigentlich hier diese Orcas bauen oder müssen wir mit dem einzelnen hier auskommen weil ich kann nicht auch keine Werkstatt bauen das wäre nicht sehr aber muss das Ding ja und es wird Kondum war hier bei mir bei Kondum so war die Anlieferung ist Prozent die Hattestübliche Kumpel unter die und sie werden so einigen Kanadierende jetzt an der Angelegenheit die Ahrpille die Leiter und sie wollen bis gehen in die Grabe in die Nutz können jetzt auch mit Handgranaten schmeißen mit Osteran die explodieren sobald die Schale geöffnet ist ist das nicht aber geil Ja, allerdings ohne Kohle war Übersicht unser Geldstand Null Naja Kanadere Weiße Männerkinds mit blauen Pümtchen Eigentlich mag ich das nicht, Projet der Gebäude zu führen Wir sind aber wenn Keine ist, aber wenn wir das, wenn wir das, wenn wir das will, Keines benötigen Dann gerne doch Aber unsere eigene Macht hier muss das überrascht werden So, so ein kleines Trüppchen hier mal Jetzt, was kommt das denn?